Digitalisierung, Digitale Transformation, jeder spricht drüber. Podcasts, TV, YouTube-Videos, Zeitungen, Blogartikel, also jeder spricht über Digitale Transformation. Jeder macht das ja auch, jeder ist ja irgendwie auf dem Weg. Und da sage ich Ihnen nur, das ist total easy, darüber zu sprechen. Das Harte ist wirklich das Doing. Ich bin Philipp Düppierö, Gründer und Geschäftsführer von Adventure. Ich treibe den digitalen Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft in den letzten acht Jahren. Das ist mein großes Passionsthema. Ich möchte die Menschen begeistern für das Thema Digitale Transformation, für den Wandel. Und ich möchte sie befähigen, dass sie selber positiv durch den Wandel gehen. Die Königsdisziplin ist, die Kernorganisation auf den Weg zu bringen und die Kernorganisation zu verändern und die zu begeistern. Weil die hat ja was zu verlieren. Der Laden läuft ja erfolgreich. Der Laden ist ja hoch profitabel. Der funktioniert ja. Und da die Leute positiv im Wandel mitzunehmen und denen zu zeigen, dass sich der Wandel lohnt, ja, das ist das, was man schaffen muss. Wir brauchen Begeisterung und Passion bei der Digitalisierung in diesem Veränderungsprozess. Und das möchte ich in meinen Vorträgen rüberbringen. Ich möchte die Menschen begeistern, möchte sie zum Lachen bringen, zum Schmunzeln bringen. Sie sollen sich vielleicht auch selber ein bisschen kritisch hinterfragen, damit sie sich positiv auf den Weg des Wandels machen können. Also, ich möchte mich noch ein wenig aus ast und ich möchte sie zum Lachen bringen. Vielen Dank.